Sie wissen ja, Frau Wirtin, sein Hobby ist das Wandern vom Rudolf Schock. Ja, das ist ja großartig. Ich frage Sie mal, ob er den Renau mitnehmen wird, der Herr Nonsens. Bei der Gelegenheit könnte er Slaven lernen. Nein, nein, den nimmt er nicht mit. Nein, er singt aber ein Lied vom Wandern. Er singt, ich bin nur ein armer Wanderer. Er singt, ich bin nur ein Lied vom Wandern. Er singt, ich bin nur ein Lied vom Wandern. Er singt, ich bin nur ein Lied vom Wandern. Er singt, ich bin nur ein Lied vom Wandern. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.